Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag, der 20.01.2020 um 8.22 Uhr und ich bin seit einer guten Stunde wach, vielleicht sogar anderthalb. Bin heute zu Hause, habe einen Urlaubstag genommen, da zum einen heute die Heizungsableser kommen zwischen 9 und 12 Uhr und zum anderen will ich noch zwei, drei Sachen erledigen, die ich sonst in den Abendstunden erledigen müsste. Das würde ich heute gerne auf den Tag legen und dann trifft es sich ganz gut, dass der Benni heute Geburtstag hat. Das heißt, ich werde heute auch mal kurz bei Benni vorbeischauen und Hallo sagen. Ich glaube, Muschel ist dann demnächst auch in Berlin, also heute im Laufe des Nachmittags und dann werden wir uns dann mal kurz ankündigen, den Benni drücken und dann wieder abhauen nach Hause. Ja, was gibt es zu erzählen? Gestern Abend gab es keinen Just Chatting Stream, weil ich so faul war, dass ich mir dachte, auch Benni streamt gerade, chillst du mal ein bisschen auf der Couch. Das ist ganz angenehm. Musste dann doch hoch, weil wir irgendwie noch Dead by Daylight gespielt haben bis 20 Uhr. Ja, ich glaube bis 20 Uhr etwa. Und dann habe ich mich aber wieder auf die Couch gelegt, habe nach dem Film geguckt und bin dann irgendwann um halb elf schlafen gegangen. Ja, und jetzt ist Montag, neue Woche. In der neuen Abteilung geht es dann für mich ab morgen zu 100% los. Ich habe alles soweit vorbereitet am Freitag bis heute beziehungsweise morgen und dann ziehe ich morgen dann auch von der einen Abteilung in die andere um und dann schauen wir mal, wie das so wird. Jo, ansonsten, Wochenende war gut. Samstag habe ich mich ja vor dem Kino wieder gedrückt, weil ich zu voll war, abends um halb elf allein durch die Stadt zu gucken. Dafür waren wir gestern im Film 1917, Germaine und ich, um 13.50, also in der Nachmittagsveranstaltung. Und ich muss sagen, der Film ist echt gut. Also Krieg und Tod und alles Mögliche, was damit zu tun hat, ist jetzt nicht unbedingt so meins. Aber die Machart des Films und die Schauspieler waren echt super. Also muss man sich mal angucken. Nehmt Taschentücher mit, falls ihr nah am Wasser gebaut seid. Ich musste hier und da ein bisschen weinen, weil es schon sehr emotional war. Aber wie gesagt, ein schöner Film und auf jeden Fall sehenswert. Ich muss gleich mal in die Liste von Germaine und mir gucken. Mal schauen, wie er es bewertet hat. Bei der IMDb ist es, glaube ich, über acht Sterne von zehn oder acht Punkte von zehn. Mal gucken, wie gnädig oder ungnädig der Krogan war. Und da muss ich mich gleich mit eintragen. Sonst gibt es wieder Ärger, kriege ich wieder Sanktionen angedroht. Und das wollen wir ja nicht. Ja, gut, das ist es dann erstmal von mir. Ich mache mich jetzt mal, was mache ich denn jetzt? Zwei, drei Sachen für den Telefontermin um elf vorbereiten. Und dann werde ich vielleicht noch schnell Dailies machen, bevor dann das Telefonat losgeht. Und dann mal gucken, wann der Muschel sich meldet. Ich denke mal, irgendwann so gegen Nachmittag. Und dann werde ich nochmal die Wohnung verlassen und irgendwie Richtung Hauptbahnhof noch ein Stück weiter mich bewegen. Ja, gut, also dann habt alle einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns morgen beim nächsten täglichen Vlog. Bis dann, tschüss.